Zeitreise zurück. USA 1938. ...mortal is its own. Wir wissen heute, dass in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts diese Welt scharf beobachtet wurde von Intelligenzen, die größer sind als die des Menschen und doch ebenso sterblich wie sie. Wir wissen heute, dass die Menschen, während sie damit beschäftigt waren, ihren Alltäglichkeiten nachzugehen, vielleicht ebenso genau beobachtet und erforscht wurden, wie ein Wissenschaftler mit einem Mikroskop jene vergänglichen Lebewesen erforscht, die in einem Wassertropfen schwärmen und sich darin vermehren. Mit unendlicher Selbstgefälligkeit gingen die Menschen auf der Erde ihren Geschäften nach, in der Gewissheit ihrer Herrschaft über dieses kleine rotierende Stückchen solaren Treibholzes, das durch Zufall oder Bestimmung dem Menschen aus der dunklen Geschichte von Zeit und Raum zuteil geworden ist. Doch über eine ungeheure Distanz im Weltraum hinweg betrachteten Intelligenzen uns überlegen, wie wir den wilden Tieren im Dschungel, enorme, kühle Intellekte ohne Mitgefühl, diese Erde mit neidischen Augen, und entwarfen langsam und sicher ihre Pläne gegen uns. Im 39. Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Menschheit aus ihrem Wahn gerissen. Near the end of October. Business is better. Es war gegen Ende Oktober. Die Geschäfte gingen besser. Die Angst vor dem Krieg war gewichen. Es gab weniger Arbeitslose. Die Umsätze stiegen. An diesem Abend, am 30. Oktober, hatten in den USA schätzungsweise 32 Millionen Hörer ihre Rundfunkgeräte eingeschaltet. Der Wetterbericht meldete... Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unsere laufende Sendung für eine aktuelle Durchsage vom Mount Jennings Observatorium in Chicago. Um 20 Minuten vor 8 hat Professor Ferrell dort mehrere Explosionen beobachtet. Glühendes Gas, das in regelmäßigen Abständen auf dem Planeten Mars explodiert. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um Wasserstoffgas handelt, das mit enormer Geschwindigkeit sich auf die Erde zubewegt. Professor Pearson von der Sternwarte in Princeton bestätigt diese Beobachtung Ferrells und beschreibt das Phänomen wie, ich zitiere, ein blauer Flammenstrahl aus einer Kanone geschossen. Soweit unsere... ... ... ...weiteren Störungen aufmerksam zu beobachten, eben jene, die sich auf dem Planeten Mars ereignen. Diese Vorfälle sind so ungewöhnlich, dass wir uns in ein Interview mit Professor Pearson einschalten, einem der international bekanntesten Astronomen, der uns nun seine Ansichten über dieses Ereignis schildern soll. In wenigen Augenblicken haben wir eine Live-Schaltung zur Sternwarte in Princeton, New Jersey. Wir schalten nun um zur Sternwarte in Princeton, New Jersey, wo unser amerikanischer Kollege Carl Phillips, Professor Richard Pearson, interviewen wird. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist Carl Phillips. Ich spreche zu Ihnen aus der Sternwarte in Princeton. Ich stehe in einem großen, halbrunden Raum, pechschwarz bis auf eine rechteckige Öffnung in der Decke. Durch diese Öffnung sehe ich den funkelnden Sternenhimmel, der einen geltlichen Glanz über den komplizierten Mechanismus des riesigen Fernrohrs wirft. Das tickende Geräusch, das Sie hören, ist die Schwingung des Teleskops. Professor Pearson steht direkt über mir auf einer kleinen Plattform und späht durch das riesige Objektiv. Ich bitte Sie, etwas Geduld zu haben, falls während unseres Interviews eine Verzögerung eintreten sollte. Professor Pearson befindet sich zurzeit in ständigem Kontakt mit den anderen astronomischen Zentren der Welt. Professor, darf ich mit unseren Fragen beginnen? Jederzeit, Mr. Phillips. Professor, würden Sie bitte unseren Hörern erklären, was Sie sehen, während Sie den Planeten Mars beobachten? Nichts Ungewöhnliches im Augenblick, Mr. Phillips. Eine rote Scheibe, schwimmend in einem blauen Meer. Über die Scheibe verlaufen Querstreifen. Jetzt besonders deutlich, weil der Mars sich eben jetzt in größter Erdnähe befindet. In Opposition, wie wir es nennen. Was hat nach Ihrer Meinung diese Querstreifen zu bedeuten, Professor Pearson? Jedenfalls nicht Kanäle, Mr. Phillips, das kann ich Ihnen versichern. Obwohl das die populäre Meinung derjenigen ist, die sich einbilden, dass der Mars bewohnt sei. Vom wissenschaftlichen Standpunkt sind diese Streifen lediglich die Folge der besonderen atmosphärischen Bedingungen dieses Planeten. Dann sind Sie als Wissenschaftler davon überzeugt, dass lebende Intelligenzen, wie wir sie kennen, auf dem Mars nicht existieren. Ich würde sagen, die Chancen stehen 1000 zu 1 dagegen. Und doch, wie erklären Sie sich diese Gasexplosionen, die sich auf der Oberfläche des Planeten in regelmäßigen Abständen wiederholen? Tja, dafür habe ich keine Erklärung. Eine Zwischenfrage, Herr Professor, um unseren Hörern einen Anhaltspunkt zu geben, wie weit ist der Mars von der Erde entfernt? Ungefähr 55 Millionen Kilometer. Nun, diese Entfernung scheint sicher genug. Ein Augenblick, meine Damen und Herren. Jemand übergibt soeben Professor Pearson eine Nachricht. Während er sie liest, lassen Sie mich Ihnen nochmals sagen, dass wir zu Ihnen aus der Sternwarte in Princeton, New Jersey sprechen, wo wir den international bekannten Astronomen Professor Pearson interviewen. Ein Augenblick, bitte. Professor Pearson reicht mir die Nachricht, die er soeben erhalten hat. Darf ich die Nachricht unseren Hörern vorlesen? Bitte, Mr. Phillips. Meine Damen und Herren, ich lese Ihnen ein Telegramm vor, adressiert an Professor Pearson von Dr. Gray vom Naturhistorischen Museum New York. Der Text, 21 Uhr 15 New Yorker Zeit registrierte Seismograf Erschütterung von nahezu Erdbebenstärke im Umkreis von 30 Kilometer um Princeton. Bitte Nachforschung, Unterschrift Lloyd Gray, Leiter der Astronomischen Abteilung. Professor Pearson, hat dieses Ereignis möglicherweise etwas zu tun mit den auf dem Mars beobachteten Vorgängen? Kaum, Mr. Phillips. Vermutlich nicht, dass ein Meteorit von ungewöhnlicher Größe und ein Einschlag gerade zu diesem Zeitpunkt ist lediglich kein Zufall. Wir werden jedoch genauere Nachforschungen anstellen, sobald das Tageslicht es erlaubt. Danke, Professor Pearson. Meine Damen und Herren, während der letzten zehn Minuten meldeten wir uns aus der Sternwarte von Princeton und brachten Ihnen ein Interview mit Professor Pearson. This is Carl Phillips speaking. We are returning you now to our New York studio. Meine Damen und Herren, hier die neuesten Meldungen. Professor Morris von der McMillen-Universität in Toronto, Kanada, hat insgesamt drei Explosionen auf dem Planeten Mars beobachtet, zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr. Dies bestätigt frühere Meldungen amerikanischer Sternwarten. Und hier bekomme ich noch eine Meldung aus Trenton, New Jersey. Darin heißt es, dass um 20.50 Uhr ein riesiger, flammender Gegenstand, wahrscheinlich ein Meteorit, auf eine Farm in der Nähe von Grovers Mill, New Jersey, gefallen ist, 34 Kilometer von Trenton entfernt. Der Feuerstrahl am Himmel war in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern sichtbar und das Geräusch des Aufpralls war nördlich bis nach Elisabeth zu hören. Wir haben einen Übertragungswagen hingeschickt, meine Damen und Herren, zum Ort des Geschehens und wir werden dann von dort berichten. Carl Phillips wird es sein, der seine Eindrücke Ihnen schildert, sobald wir die Leitung wieder haben und meine Kollegen hier im Studio werden für Sie die Berichte übersetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Will Muth in Grovers Mill, New Jersey Ich weiß kaum, womit ich beginnen soll, Ihnen einen Eindruck von der unwirklichen Szene vor meinen Augen zu geben. Es ist wie ein Stück aus Tausend und einer Nacht. Ich bin gerade erst angelangt, ich hatte noch keine Gelegenheit, mich näher umzusehen. Das da scheint es zu sein, ja, ich glaube, das ist das Ding, direkt vor mir, halb begraben in einem riesigen Krater. Es muss mit ungeheurer Gewalt eingeschlagen sein. Die Erde ist bedeckt mit Splittern eines Baumes, den es getroffen haben muss. Soweit ich von hier aus den Gegenstand selbst erkennen kann, sieht er nicht so aus wie ein Meteor. Wenigstens nicht wie die Meteore, die ich bisher gesehen habe. Es sieht mehr aus wie ein gewaltiger Zylinder. Es hat einen Durchmesser von, was würden Sie schätzen, Professor Pearson, wie groß ist der Durchmesser? Etwa 30 Meter. Etwa 30 Meter. Die Oberfläche sieht aus wie Metall. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Die Farbe ist etwa gelblich-weiß. Neugierige Zuschauer drängen sich dicht daran, trotz der Anstrengungen der Polizei, Sie zurückzuhalten. Sie verstellen mir die Sicht. Hier haben wir Mr. Wilmot, den Besitzer der Farm. Er kann uns sicher einige interessante Tatsachen berichten. Mr. Wilmot, würden Sie bitte unseren Hörern berichten, wie dieser ungewöhnliche Besucher in Ihrem Garten gefallen müsste? Bitte kommen Sie näher, Mr. Wilmot. Ladies and Gentlemen, this is Mr. Wilmot. Ich war beim Radio hören. Lauter bitte. Lauter bitte, näher dran. Ich hörte gerade Radio und war halb eingeschlafen. Irgend so ein Professor redete gerade vom Mars. Ich war also halb eingeschlafen. Ja gut, Mr. Wilmot, und was passierte dann? Wie gesagt, ich hörte Radio, ich war halb eingeschlafen. Ja, Mr. Wilmot, und dann haben Sie etwas gesehen? Zuerst nicht, ich hörte etwas. Und was hörten Sie? Zischen. So wie wenn ein Wasserhahn aufgedreht ist. Ja, und dann? Dann sah ich mich um und saß dem Fenster und wusste nicht, ob ich wach bin oder ob ich träume. Ich sah so was für einen grünen Schein und dann schlug was auf die Erde. Ich hatte es glatt vom Stuhl gehauen. Nun, und waren Sie sehr erschrocken? Tja, das kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich war ziemlich sauer. Ja, danke, Mr. Wilmot, ich danke Ihnen sehr. Das war sehr schönes Genüge. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Stimme von Mr. Wilmot, Besitzer der Farm, wo das Objekt aufschlug. Ich wünschte, ich könnte Ihnen einen Begriff von der Atmosphäre geben, dieser fantastischen Szene. Hunderte von Autos sind in dem Feld hinter uns geparkt. Die Polizei bemüht sich, die Zufahrt zur Farm mit Seilen abzusperren, aber unerfolgt. Die Wagen brechen glatt durch. Ihre Scheinwerfer erleuchten den Krater, in dem der Gegenstand halb vergraben liegt. Einige Wagemutige gehen bis nah an den Kraterrand. Ihre Umrisse zeichnen sich ab vor dem metallisch glänzenden Gegenstand. Einer von ihnen will das Ding berühren. Ein Polizist versucht ihn zurückzuhalten. Der Polizist setzt sich durch. Jetzt, meine Hörerinnen und Hörer, da ist noch etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, in all diesem Durcheinander. Aber es wird immer deutlicher. Vielleicht haben Sie es schon selbst in Ihrem Radio gehört. Hören Sie! Können Sie es hören? Es ist ein eigenartiges Geräusch, das aus dem Inneren des Objekts zu kommen scheint. Ich werde mit dem Mikrofon näher herangehen. So. Jetzt sind wir nicht mehr als acht Meter entfernt. Können Sie es jetzt hören? Ach, Professor Pearson? Ja, Mr. Phillips. Könnten Sie uns etwas über die Ursache dieses kratzenden Geräusches sagen, das aus dem Inneren des Objekts kommt? Möglicherweise die ungleichmäßige Abkühlung der Oberfläche. Glauben Sie immer noch, dass es sich um einen Meteoriten handelt? Ich weiß nicht, was ich davon halten würde. Die Metallhülle ist eindeutig extraterrestrisch. Nicht von dieser Erde. Normalerweise reißt die Reibung der Erdatmosphäre Löcher in die Oberfläche des Meteoriten. Dieses Objekt hier ist glatt. Und wie Sie sehen, von zylinderischer Form. Moment, da geht etwas vor, meine Damen und Herren, das ist ungeheuerlich. Die Spitze des Objekts hebt sich nach oben. Die Kuppel beginnt sich zu drehen wie eine Schraube. Das Objekt muss wohl sein. Es bewegt sich, schraubt sich auf. Es ist glühend. Meine Damen und Herren, das ist das Unheimlichste. Das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Da kriecht jemand aus der oberen Öffnung. Jemand oder etwas. Ich sehe aus diesem schwarzen Loch zwei glühende Scheiben. Das sind das Augen. Das könnte ein Gesicht sein. Das könnte... Mein Gott, es kriecht etwas aus dem Schatten. Wie eine graue Schlange. Und jetzt noch eins und noch eins. Es sieht aus wie Fangarme. Jetzt kann ich den Körper sehen. Er ist groß wie ein Bär. Und er glänzt wie nasses Leder. Aber dieses Gesicht, es ist... Es ist unbeschreiblich. Ich kann mich kaum dazu zwingen, es weiter anzusehen. Die Augen, die Augen sind schwarz und glitzern wie bei einer Schlange. Der Mund, das Maul ist v-förmig und Speichelkopf von den randlosen Lippen, die zitternd pulsieren. Das Monster, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, kann sich kaum bewegen. Es scheint beschwert, belastet, vielleicht nur Schwerkraft oder so etwas. Es richtet sich in die Höhe. Die Menge war ich zurück, Sie haben mich nicht gesehen. Das ist ein ungeheures Erlebnis. Ich finde keine Worte, ich ziehe das Mikrofon mit mir, wenn ich spreche. Ich muss unterbrechen. Ich melde mich gleich wieder. Meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen einen Augenzeugenbericht von den Vorgängen in New Jersey, USA, auf der Farm Wilmes Grovers Mill. Wir haben jetzt einen Kontakt zu Karl Philips in Grovers Mill. Meine Hörerinnen und Hörer, bin ich auf Sendung? Liebe Hörerinnen und Hörer, hier meldet sich wieder Karl Philips hinter einer Steinauer, die an Mr. Wilmers Garten angrenzt. Von hier aus kann ich die ganze Szene überblicken. Ich werde Ihnen alle Einzelheiten beschreiben, solange ich sprechen kann. Weitere Bereitschaftspolizei ist eingetroffen. Sie bildet eine Absperrkette vor dem Krater, etwa 30 Mann. Die Menge hält sich jetzt von selbst auf Distanz. Ein Hauptmann der Polizei bespricht sich mit jemandem. Wir können nicht genau sehen, mit wem. Oh ja, ich glaube, Professor Pearson. Ja, er ist es. Jetzt trennen Sie sich. Der Professor geht seitlich um das Objekt herum und betrachtet es, während der Hauptmann und zwei Polizisten, die etwas in der Hand halten, auf das Objekt zugehen. Jetzt kann ich es erkennen, es ist ein weißes Tuch an einer Stange. Ein Zeichen des Waffenstillstands des Friedens. Hoffentlich wissen diese Wesen, was das bedeutet. Moment, da geht etwas vor. Eine gedukte Gestalt erhebt sich aus dem Krater. Ich erkenne jetzt einen kleinen Lichtstrahl in einem Spiegel. Was ist das? Eine Stichklamme springt aus dem Spiegel. Die springt direkt auf die vorrückenden Männer zu. Sie hat sie voll getroffen. Mein Gott, sie gehen in Flammen auf. Jetzt hat das ganze Feldfeuer gefangen. Meine Damen und Herren, aufgrund unvorhergesehener Umstände sind wir leider nicht in der Lage, die Sendung aus Grovers Mill fortzusetzen. Die Verbindung ist zurzeit unterbrochen. Wir werden jedoch versuchen, so schnell wie möglich wieder dorthin zurückzuschalten. Inzwischen haben wir eine neue Meldung aus San Diego, Kalifornien. Dort hat Professor Indelkoffer auf einem Kongress der Kalifornischen Astronomischen Gesellschaft eine Rede gehalten. Er hat darin gesagt, er sei überzeugt, dass die Explosionen auf dem Mars unzweifelhaft nicht mehr seien als starke vulkanische Störungen an der Oberfläche des Planeten. Bis zum Eintreffen neuer Nachrichten setzen wir unser Programm fort mit Musik. Musik Meine Damen und Herren, ich erhalte soeben eine neue Nachricht aus Grovers Mill. Mindestens 40 Menschen, darunter sechs Bereitschaftspolizisten, sind tot aufgefunden worden und liegen auf einem Feld östlich des Dorfes Grovers Mill, New Jersey. Verbrannt und entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Im Augenblick spricht Brigadegeneral Montgomery Smith, Kommandeur der Nationalgarde in Trenton, New Jersey. Der Gouverneur von New Jersey hat mich beauftragt, die Bezirke Mercer und Middle Essex westlich bis Princeton und östlich bis Jamesburg unter Kriegsrecht zu stellen. Niemand hat Zutritt zu diesem Gebiet, außer mit einer Sondererlaubnis der staatlichen oder militärischen Behörden. Vier Kompanien des Staatsmilits sind von Trenton nach Grovers Mill in Marsch gesetzt. Sie werden die Evakuierung der Wohngebiete im Bereich der militärischen Operationen unterstützen. Danke. So weit General Montgomery Smith, Kommandeur der Nationalgarde in Trenton. Inzwischen erreichen uns weitere Nachrichten von der Katastrophe in Grovers Mill. Die fremdartigen Wesen sind nach ihrem tödlichen Angriff in ihren Krater zurückgekrochen und haben keinen Versuch gemacht, die Feuerwehr zu behindern, die jetzt die Leichen birgt und das Feuer löscht. Alle Feuerwehren des Bezirks bekämpfen vereint die Brände, von denen die ganze Umgebung bedroht wird. Wir haben bisher noch keine Verbindung mit Grovers Mill wiederherstellen können, aber wir hoffen... Einen Augenblick, bitte, ja. Ja, meine Damen und Herren, ich erfahre soeben, dass wir endlich Verbindung mit einem Augenzeugen der Tragödie herstellen konnten. Professor Pearson befindet sich in einer Farm nahe Grovers Mill. Als Wissenschaftler wird er Ihnen seine Erklärung der Katastrophe geben. Ich bin direkt mit ihm verbunden. Professor Pearson, can you give us some more information about the situation at Grovers Mill? Über die Lebewesen in dem Raketenzylinder in Grovers Mill kann ich Ihnen keine verbindliche Information geben. Weder über Ihre Natur, noch über Ihre Herkunft, noch über Ihr Vorhaben hier auf der Erde. Was ich versuchen könnte, wäre eine mutmaßliche Erklärung Ihres Waffensystems. Mangels eines besseren Begriffs werde ich die mysteriöse Waffe als Hitzestrahl bezeichnen. Es ist nur allzu offensichtlich, dass diese Wesen wissenschaftliche Kenntnisse haben, die den unseren weit überlegen sind. Ich nehme an, dass sie auf irgendeine Weise imstande sind, eine intensive Hitze zu erzeugen. Diese Hitze projizieren Sie in einem gebündelten Strahl gegen jedes gewünschte Objekt, mittels eines polierten Parabolspiegels unbekannter Konstruktion. Dies ist meine Erklärung für das Zustandekommen des Hitzestrahls. Thank you, Professor Pearson. Meine Damen und Herren, hier kommt eine Nachricht aus Trenton. Es ist die uns bestürzende Meldung, dass der verkohlte Leichnam unseres Reporters Carl Phillips in einem Krankenhaus in Trenton identifiziert worden ist. Und hier noch eine weitere Nachricht aus Washington, D.C. Das Büro des Direktors des amerikanischen Roten Kreuzes gibt bekannt, dass zehn Nothilfeteams des Roten Kreuzes dem Hauptquartier der Nationalgarde in der Nähe von Grovers Mill unterstellt worden sind. Und hier eine Nachricht von der Bereitschaftspolizei aus Princeton Junction. Die Brände in Grovers Mill und Umgebung sind jetzt unter Kontrolle. Militärische Beobachter berichten, dass im Krater alles ruhig ist und dass in der Öffnung des zylindrischen Objekts kein Lebenszeichen sichtbar ist. Meine Damen und Herren, wir erfahren soeben, dass inzwischen sämtliche Nachrichtenmedien dem Militär unterstellt worden sind. Wir haben nun eine Verbindung zum Hauptquartier der Nationalgarde in der Nähe von Grovers Mill, New Jersey. Wir schalten uns ein in einen Bericht von Captain Lensing von der Nachrichtentruppe, die die militärischen Operationen in der Umgebung von Grovers Mill übernommen hat. Die durch die Anwesenheit gewisser Wesen unbekannter Herkunft entstandene Lage ist zurzeit völlig unter Kontrolle. Der zylindrische Gegenstand, der in dem Krater direkt unter unserem Standort liegt, ist auf allen Seiten von acht Battalionen Infanterie umstellt. Jeder Anlass zur Besorgnis, wenn solcher Anlass jemals gegeben war, der ist nunmehr vollkommen hinfällig. Die Lebewesen oder was sie auch sein mögen, wagen es nicht einmal, ihre Köpfe über den Kraterrand zu erheben. Ich sehe hier ihr Versteck klar im grellen Licht erscheinbar. Trotz ihrer Ausrüstung werden sie sich kaum gegen unser schweres MG-Feuer durchsetzen. Immerhin ist es für die Truppe ein interessantes Manöver. Ich sehe die Kaki-Uniformen im Schein des Lichts sich hin und her bewegen. Sieht fast aus wie ein richtiger Krieg. Im Wald, der an den Melzen River angrenzt, erscheint ein leichter Rauch. Nun, es sieht so aus, als würde sich bald etwas tun. Eine der Kompanien geht auf der linken Flanke in Stellung. Ein rascher Vorstoß und alles wird bereinigt sein. Aber, Moment, ich sehe etwas am oberen Ende des Zylinders. Nein, es war nur ein Schatten. Jetzt kommt die Truppe hinter dem Rand der Farmer vor. 7.000 Soldaten umzängeln an Tonnenfarmen gestrückt Metall. Aber, da bewegt sich etwas am oberen Ende des Zylinders. Etwas metallisches. Etwas ähnliches wie ein Schild hebt sich auf dem Zylinder. Es steigt höher und höher. Es steht auf Beinen. Ein Abmetallgerüst. Jetzt ragt es über die Bäume. Die Scheinwerfer sind darauf gerichtet. Bleiben Sie auf Empfang. Meine Damen und Herren, ich habe eine ernste Durchsage zu machen. So unglaublich es klingen mag, die Beobachtungen der Wissenschaft führen zu der unausweichlichen Annahme, dass jene seltsamen Wesen, die heute Abend in New Jersey, USA landeten, die Vorhut einer Invasionsarmee sind. Einer Invasionsarmee vom Planeten Mars. Die Schlacht, die heute Abend in Grovers Mill stattfand, endete mit einer vernichtenden Niederlage. 7.000 Mann mit modernsten Waffen ausgerüstet waren im Einsatz gegen eine einzige Kampfmaschine der Invasoren vom Mars. Nur 120 von 7.000 überlebten, so viel bisher bekannt ist. Alle anderen liegen verstreut zwischen Grovers Mill und Plainsboro, zermalmt und zu Tode getrampelt unter den metallenen Füßen des stählernden Objekts oder zu Asche verbrannt von seinem Hitzestrahl. Das Monstrum beherrscht jetzt den mittleren Teil von New Jersey und hat den Staat in zwei Hälften getrennt. Die Verbindungswege von Pennsylvania zum Atlantischen Ozean sind unterbrochen. Eisenbahngleise sind zerrissen. Der Verkehr von New York nach Philadelphia wurde eingestellt, bis auf einige Züge, die über Allenstown und Phoenixville umgeleitet werden. Die Verkehrswege nach Norden, Süden und Westen sind von Flüchtlingen verstopft. Polizei- und Armeereserven sind bisher nicht imstande, die panische Fluchtbewegung unter Kontrolle zu bringen. Bis zum Morgen werden die Flüchtlinge die Einwohnerzahl von Philadelphia, Kempten und Trenten auf schätzungsweise das Doppelte anschwellen lassen. Zur Stünde herrscht Kriegsrecht in ganz New Jersey und im östlichen Pennsylvania. Wir schalten jetzt um nach Washington zu einer Sondersendung über den nationalen Notstand. Es spricht der Innenminister der Vereinigten Staaten. Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich verhehle weder den Ernst der Lage, der sich das Land gegenüber sieht, noch die Besorgnis der Regierung für das Leben und Eigentum unserer Mitmenschen. Dennoch möchte ich Ihnen allen, privaten Bürgern und öffentlichen Amtsträgern, die dringende Notwendigkeit nahelegen, Besonnenheit zu bewahren und verantwortlich zu handeln. Zum Glück ist dieser mächtige Gegner noch auf ein recht kleines Gebiet beschränkt und wir dürfen unseren Streitkräften zutrauen, dass sie ihre Stellungen halten werden. In der Zwischenzeit, im Vertrauen auf Gott, müssen wir alle unsere Pflicht tun, einer wie der andere, sodass wir diesem Gegner entgegentreten als eine Nation, mutig und verschworen der Erhaltung der Herrschaft des Menschen auf dieser unserer Erde. Soweit der amerikanische Innenminister aus Washington. Inzwischen liegen bei uns hier im Studio so viele Nachrichten vor, dass wir sie nicht alle verlesen können. Wie wir erfahren, ist der mittlere Teil von New Jersey infolge der Wirkung der Hitzestrahlen auf Überlandleitungen und elektrische Ausrüstung von jeder Verbindung abgeschnitten. Hier eine Meldung aus New York. Telegramme von englischen, französischen und deutschen wissenschaftlichen Gremien bieten Hilfe an. Die Wissenschaftler melden fortdauernde Gasexplosionen in regelmäßigen Abständen auf dem Planeten Mars. Die meisten meinen, dass der Gegner durch weitere Raketenmaschinen verstärkt wird. Versuche sind im Gange, Professor Pearson aus Princeton zu finden, der die Marswesen aus der Nähe beobachten konnte. Es wird jedoch befürchtet, dass auch er eines der Opfer des jüngsten Angriffs wurde. Langham Field, Virginia. Aufklärungsflugzeuge haben drei Marsmaschinen gesichtet. Flugrichtung Nord auf Somerville. Die Bevölkerung flieht. Hitzestrahlen sind nicht zur Anwendung gekommen. Obwohl sie mit großer Geschwindigkeit vorrücken, wählen die Invasoren zielstrebig ihren Weg. Sie scheinen bewusst die Zerstörung von Städten und Landschaften zu vermeiden. Jedoch halten sie an, um Hochspannungsleitungen, Brücken, Flughäfen und Eisenbahnlinien zu zerstören. Sie verfolgen anscheinend das Ziel, Widerstand niederzuschlagen, Verbindungen lahmzulegen und die menschliche Gesellschaft zu desorganisieren. Hier kommt eine Meldung aus Basking Ridge, New Jersey. Waschbärenjäger sind auf ein zweites Objekt gestoßen, halb eingesunken in dem Sumpfgebiet, 20 Kilometer südlich von Morristown. Artillerie ist von Newark aus unterwegs, um diese zweite Invasionsmaschine zu bekämpfen, bevor sie in Kampfbereitschaft versetzt werden kann. Die Artillerie wird am Fuß der Watching Mountains in Stellung gehen. Eine weitere Meldung aus Langham Field, Virginia. Aufklärungsflugzeuge melden, dass drei feindliche Maschinen mit wachsender Geschwindigkeit nach Norden fliegen, dabei Häuser und Bäume zerstören, um sich schnell mit ihren Verbündeten südlich von Morristown zu vereinen. Über Telefon erreicht uns eine weitere Durchsage. Sie meldet Maschinen östlich von Middlesex, nur 10 Kilometer von Plainfield. Hier eine Meldung aus Winstonfield, Long Island. Ein Bomberverband fliegt nach Norden, um die Verfolgung des Feindes aufzunehmen. Aufklärungsflugzeuge halten Sichtverbindung mit dem schnell fliegenden Gegner. Einen Augenblick bitte. Ja, meine Damen und Herren, wir haben soeben einen Mitschnitt einer Verbindung mit einem der Flugzeuge bekommen. Bomber V-843 über Bayonne, New Jersey. Captain Volt mit Flugverband von acht Maschinen ruft Commander Fairfax Langanfield. Hier spricht Volt für Commander Fairfax Langanfield. Feindliche Maschinen in Kampfstellung jetzt in Sicht. Verstärkt durch drei Maschinen, die eben landen. Insgesamt sechs Maschinen. Keine Maschine beschädigt. Vermutlich durch Treffer unserer Artillerie in den Watsang Mountains. Die Schütze scheinen jetzt zu schweigen. Eine schwere schwarze Wolke treibt dicht über der Erde. Konsistenz unbekannt. Keine Anzeichen von Hitzestrahlen. Feind wendet sich jetzt ostwärts, ob es wird Persegrower. Geht dem Marschland vor. Einer folgt dem Palaschi Highway. Ziel offenbar in New York City. Wir zerstören eine Transformatorenstation. Alle Maschinen jetzt dicht zusammen. Wir sind bereit zum Angriff. Verband kreist bereit zum Abwurf. Noch 1000 Yards, dann sind wir über der ersten Maschine. 800 Yards. 600 400 400 200 Da sind sie. Hitzestrahlen, Aktion. Grüner Blitz. Sie besprühen uns mit Flammen. Höhe 2000 Fuß. Motor brennt. Ich kann die Bombe nicht werfen. Wir können nur noch eines tun. Stürzer und Griff mit der ganzen Maschine. Wir haben die erste Maschine direkt unter uns. Jetzt versagt der Motor. Hey! This is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. This is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. Come in, please. Langham Field. Go ahead. Eight Army bombers in engagement with enemy tripod machines over Jersey Flats. Engines incapacitated by heat ray. Engines incapacitated by heat ray. All crashed. One enemy machine destroyed. Enemy now discharging heavy black smoke in direction of... This is Newark, New Jersey. This is Newark, New Jersey. Warning. Poisonous black smoke pouring in from Jersey Marshes. Reaches South Street. Gas masks useless. Urge population to move into open spaces. Automobiles use Route 7, 23, 24. Avoid congested areas. Smoke now spreading over Raymond Boulevard. 2X2L calling C-Kill. 2X2L calling C-Kill. 2X2L calling 8X3R. Come in, please. This is 8X3R coming back at 2X2L. Highs reception. Highs reception. K, please. Where are you, 8X3R? What's the matter? Where are you? I'm speaking from the roof of broadcasting buildings. I'm speaking from the roof of broadcasting buildings. New York City. The bell you hear are ringing to warn the people to evacuate the city. Ich spreche vom Dach des Funkhauses. New York City. Die Glocken, die Sie hören, läuten, um die Menschen zu warnen. Sie sollen die Stadt verlassen. Die Mars-Menschen nähern sich. Hutchinson River Parkway. Ich schätze, drei Millionen Menschen haben in den letzten zwei Stunden auf den Straßen nach Norden die Stadt schon verlassen. Der Hutchinson River Parkway ist noch für den Kraftverkehr geöffnet. Aber vermeiden Sie die Brücken nach Long Island. Sie sind hoffnungslos verstopft. Jede Verbindung mit dem Jasey-Ufer ist vor zehn Minuten gesperrt worden. Es gibt keine Verteidigungslinien mehr. Unsere Armee ist vernichtet. Die Artillerie, die Luftwaffe, alles vernichtet. Ich denke, dies wird wohl die letzte Sendung sein. Wir werden hier ausharren bis zum Ende. Unter uns sind die Menschen beim Gottesdienst in der Kathedrale. Ich sehe zum Hafen hinunter. Alle möglichen Schiffe und Boote sind überladen mit flüchtenden Menschen. Sie fahren aus den Docks. Die Straßen sind längst verstopft. Es ist ein Lärm in der Menschenmenge wie zum Silvesterabend. Moment. Da, da, der Feind. Der Feind ist jetzt in Sicht über den Klippen am anderen Ufer des Hudson. Fünf große Maschinen. Die erste überquert jetzt den Fluss. Ich kann sie von hier aus sehen. Sie wird in Hudson durchwartet. Wie ein Mensch einen Wach. Ich bekomme hier noch eine Meldung. Objekte vom Mars überfallen das ganze Land. Eines am Rande von Buffalo, eines in Chicago, St. Louis. Sie scheinen zeitlich und räumlich abgestimmend. Jetzt erreicht das erste Objekt das diesseitige Ufer. Er steht da und beobachtet. Sein stählerner Kopf bracht so hoch wie ein Wolkenkratzer. Es wartet auf die anderen. Da erheben sie sich wie eine Reihe. Wie eine Reihe neuer Türme auf der Westseite der Stadt. Jetzt heben sie ihre metallenen Hände. Das ist jetzt das Ende. Rauch quillt davor. Schwarzer Rauch, der über die Stadt treibt. Jetzt sehen es die Menschen auf den Straßen. Sie laufen in Richtung East River. Tausende Menschen. Sie fallen hinein wie die Ratten. Jetzt verbreitet der Rauch sich schneller. Er hat keins mehr erreicht. Die Menschen versuchen wegzulaufen, aber es nützt nichts. Die fallen wie die Fliegen. Jetzt überquert der Rauch die Fifth Avenue. Die Fifth Avenue. Noch 100 Yards. Noch 50 Fuß. Das Gesicht. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ New York. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unsere Sendung für einen Hinweis. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir uns auf einer Zeitreise zurück ins Jahr 1938 befinden. Sie hören eine CBS-Sendung von Orson Welles und dem Mercury-Rundfunktheater mit einer Funkfassung des Romans Der Krieg der Welten von H.G. Wells. Nach kurzer Pause setzen wir unsere Sendung fort. This is the Columbia Broadcasting System. The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Während ich diese Notizen zu Papier bringe, verfolgt mich der Gedanke, dass ich der letzte Lebende auf der Erde sein könnte. Ich habe mich in diesem leeren Haus in der Nähe von Grovers Mill verborgen, durch den schwarzen Rauch abgeschnitten von dem Rest der Welt. Alles, was vor dem Eintritt dieser stählernden Objekte in die Welt geschah, scheint jetzt Teil eines anderen Lebens. Eines Lebens, das keinen Zusammenhang mit der Gegenwart hat, mit diesem heimlichen Vegetieren eines Einsamen und Verlassenen, der diese Worte mit Bleistift auf die Rückseite irgendwelche astronomische Notizen kritzelt, die unterzeichnet sind. Richard Pearson. Ich blicke auf meine verrusten Hände und ich versuche, sie mit einem Professor in Verbindung zu bringen, der in Princeton lebte und der in der Nacht des 20. Oktober durch sein Fernrohr einen orangefarbenen Lichtfleck auf einem fernen Planeten wahrnahm. Meine Frau, meine Kollegen, meine Studenten, meine Bücher, meine Sternwarte, meine Welt. Wo sind sie? Haben sie je existiert? Bin ich noch Richard Pearson? Welcher Tag ist heute? Gibt es noch Tage ohne Kalender? Versteigt die Zeit auch, wenn kein Mensch mehr da ist, um die Uhr aufzuziehen? Indem ich mein Leben niederschreibe, sage ich mir, werde ich zwischen den dunklen Einbanddecken dieses kleinen Buchs, das die Bewegungen der Sterne enthalten sollte, die menschliche Geschichte aufbewahren. Aber um zu schreiben, muss ich leben und um zu leben, muss ich essen. Ich finde schimmliges Brot in der Küche und eine Apfelsine, die noch nicht ganz verdorben ist. Ich halte Wache am Fenster. Und Zeit zu Zeit erblicke ich einen Marsmenschen durch den schwarzen Rauch. Noch verdeckt der Rauch das Haus in einer schwarzen Wolke, aber dann ist da ein zischendes Geräusch. Und plötzlich sehe ich einen Marsmenschen auf seiner Maschine, der die Luft mit einem Dampfstrahl besprüht, um den Rauch aufzulösen. Ich spähe ihm nach, in eine Ecke gedrückt, während seine unförmigen Metallstelzen fast das Haus berühren. Erschöpft von der Aufregung schlafe ich ein. Es ist morgen. Morgen. Die Sonne strömt durchs Fenster. Die schwarze Gaswolke hat sich gehoben und die versenkten Wiesen im Norden sehen aus, als er ein schwarzer Schneesturm über sie hinweggefegt. Ich wage mich aus dem Haus. Ich finde die nächste Landstraße. Keinerlei Verkehr. Hier und da ein zerstörtes Automobil, verstreutes Gepäck, ein verkohltes Skelett. Ich wandere weiter nach Norden. Ich weiß nicht, warum, aber ich fühle mich sicher, solange ich in diesem Sumpfland marschiere. Und ich halte sorgfältig Ausschau. Ich habe gesehen, wie sich die Marsmenschen ernähren. Wenn eine von ihren Maschinen über den Bäumen auftaucht, werde ich mich flach auf den Boden werfen. Ich komme zu einem Kastanienbaum. Oktober. Die Kastanien sind reif. Ich fülle mir die Taschen. Ich muss leben. Zwei Tage lang wandere ich in ungefähr nördlicher Richtung durch eine trostlose Landschaft. Endlich bemerke ich ein lebendes Wesen, ein kleines rotes Eichhörnchen in einer Buche. Ich starre es an und wundere mich. Es starb mich auch an. Ich glaube, in diesem Augenblick haben das Tier und ich das gleiche Gefühl, die Freude, ein anderes lebendes Wesen zu finden. Ich marschiere weiter nach Norden. Ich finde tote Kühe in einem versumpften Feld und dahinter die verkohlten Ruinen einer Meierei und einen Silo, der über der Ödnis wacht wie ein Leuchtturm, vor dem die See zurückgewichen ist. Oben auf dem Silo sitzt ein Wetterhahn, der mich nach Norden weist. Am nächsten Tag komme ich zu einer Stadt, mir nur vage vertraut mit ihren Konturen. Doch sind die Gebäude seltsam zwergenhaft und eingeebenet, als habe ein Riese ihre höchsten Türme mit einer spielerischen Handbewegung umgestürzt. Ich erreiche die Vororte. Ich finde Nuag. Nuag. Gedemütigt, aber unzerstört. Aus irgendeiner Laune der vorrückenden Marsmenschen. Gleich darauf, mit dem sonderbaren Gefühl beobachtet zu werden, fällt mein Blick auf etwas, das in einem Hauseingang kauert. Ich mache einen Schritt darauf zu und es erhebt sich und wird ein Mensch. Ein Mann. Bewaffnet mit einem großen Messer. Halt! Wo kommen Sie her? Ich komme von vielen Orten. Vor langer Zeit von Princeton. Princeton, hm? Das ist bei Grovers Mill. Ja. Grovers Mill. Hier gibt's nichts zu essen. Das ist hier mein Gebiet. Das Essen reicht nur für einen. Wo wollen Sie hin? Ich weiß nicht. Ich suche nach Menschen. Was war das? Haben Sie nichts gehört? Nein. Nur ein Vogel. Ein lebender Vogel. Man muss auf der Hut sein heutzutage. Hören Sie, wir stehen hier zu sehr am Freien. Hier im Hauseingang. Da können wir reden. Haben Sie Marsmenschen gesehen? Die sind weg nach New York. Bei Nacht ist der Himmel hell von ihren Lichtern. Gerade so, als ob noch Menschen dort wohnten. Bei Tag sind sie nicht zu sehen. Vor fünf Tagen schleppten zwei von ihnen etwas vom Flughafen weg über die Wiesen. Ich glaube, sie lernen jetzt fliegen. Fliegen? Ja, fliegen. Dann ist es vorbei mit der Menschheit. Hier gibt es nur noch Sie und mich. Wir zwei sind übrig geblieben. Ja. So gründlich haben die aufgeräumt. Das größte Land der Welt kaputt gemacht. Die landen wahrscheinlich laufend weiter mit ihren grünen Sternen. Nur eine Maschine haben sie verloren. Da ist überhaupt nichts zu machen. Mit uns ist es aus. Wir sind erledigt. Wo waren Sie eingesetzt? Sie sind in Uniform. Ja, das sind die Überreste. Ich war in der Miliz Nationalgarde. Ha, das ist ein Witz. Das war kein Krieg. Zwischen Menschen und Ameisen kann es keinen Krieg geben. Tja. Nur wir sind essbare Ameisen. Das habe ich gelernt. Was werden Sie mit uns machen? Ich habe mir meine Gedanken gemacht. So wie es jetzt aussieht, sind wir geliefert. Ungeziefer. Wo die Marsmenschen auftauchen, scheuchen Sie uns vor sich her. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Dann fangen Sie uns systematisch und suchen die Besten aus und sperren uns ein in Käfie oder was weiß ich. Aber das ist alles noch nicht mal der Anfang. Noch nicht mal der Anfang? Noch nicht mal der Anfang. Alles, was sich bis jetzt getan hat, wäre nie passiert, wenn wir so vernünftig gewesen wären, stillzuhalten. Aber wir mussten Kanonen auffahren und in Panik geraten und flüchten. Wir dürfen nicht mehr blind durcheinander laufen. Wir müssen lernen, uns umzustellen, uns anzupassen an die Verhältnisse, wie sie nun einmal sind. Städte, Länder, Kulturen, Fortschritt. Tja, aber wenn das so ist, wofür lohnt es sich dann noch zu leben? Na ja, mit Konzerten ist es jetzt aus. Für eine Million Jahre vielleicht. Und mit netten kleinen Diners in schicken Restaurants. Wenn Sie sich nur vergnügen wollen, das ist gelaufen. Was bleibt dann noch übrig? Das Leben, das bleibt. Ich will weiterleben. Und das wollen Sie auch. Wir werden uns nicht ausrotten lassen. Und ich lasse mich auch nicht fangen. Zähmen und mästen und halten wie ein Ochse. Aber was wollen Sie tun? An die Arbeit gehen. Aber heimlich. Ich habe einen Plan. Wir Menschen, wir sind als Menschen erledigt. Wir wissen einfach zu wenig. Wir müssen eine Unmenge lernen, sonst haben wir keine Chance. Und während wir lernen, müssen wir leben und frei bleiben. Ich habe mir alles genau überlegt. Erzählen Sie weiter. Tja, es ist nicht jedermanns Sache, wild und in Freiheit zu leben. Aber darauf kommt es an. Alle die kleinen Büroarbeiter, die hier in den Häusern gewohnt haben, die helfen uns nicht weiter. Die haben keinen Mark in den Knochen. Die lassen sich immer nur hetzen. Hetzen zum Vorortzug, früh am Morgen immer in Angst entlassen zu werden, wenn sie den Zug verpassen. Hetzen zurück am Abend, immer in Angst nicht pünktlich zum Abendessen zu Hause zu sein. Lebensversicherung abgeschlossen, hohe Prämien für Unfalltod und am Sonntag Gedanken machen über das Leben im Jenseits. Für diese Leute sind die Marsmenschen wie ein Geschenk des Himmels. Sauberer, gräumiger Käfig, gute Verpflegung, an alles gedacht, keine Sorgen. Wenn die eine Woche mit leerem Magen durch die Felder geirrt sind, dann kommen die freiwillig und lassen sich gerne fangen. Sie haben sich viele Gedanken gemacht, wie? So ist es. Aber das ist nicht alles. Manche von denen werden die Marsmenschen sogar halten wie Haustiere. Abrichten, dressieren. Wer weiß, vielleicht sogar sentimental werden wegen des kleinen Bastards, der heranwächst und umgebracht werden muss. Ja, und manche vielleicht werden sie sogar abrichten, um auf uns Jagd zu machen. Oh nein, das ist unmöglich. Kein menschliches Leben... Doch, das werden sie. Und viele werden sich dazu drängen. Und wo werden Sie und ich und andere wie wir in der Zwischenzeit leben, solange die Marsmenschen auf der Erde sind? Ich habe mir alles überlegt. Wir werden unter der Erde leben. Ich denke an die Abwässerkanalisation. Unter New York gibt es Kilometer und Kilometer solcher Kanäle. Die Hauptkanäle sind groß genug für jede Menge Menschen. Dann gibt es Keller, Gewölbe, unterirdische Lagerhallen, Eisenbahntunnen, U-Bahnschächte. Aber... Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Was wir brauchen, sind Männer. Keine Schwächlinge. Ausschuss! Weg damit! So wie Sie mich vorhin wegschicken wollten. Man kann sich ja irren. Vielleicht sind Sie gerade der Richtige. Wir wollen uns darüber nicht streiten. Sprechen Sie weiter. Was wir brauchen, sind sichere Plätze, wo wir uns aufhalten können. Und dann müssen wir an die Bücher heran. wissenschaftliche Bücher. Dafür sind solche wie Sie gut, verstehen Sie. Wir machen Beutezüge in die Museen, in die Bibliotheken. Wir werden auch die Marsmenschen ausspionieren. Vielleicht ist es gar nicht so viel, was wir lernen müssen. Stellen Sie sich nur vor, plötzlich starten vier oder fünf von Ihren eigenen Kampfmaschinen. Hitzestrahlen nach allen Seiten, aber kein Marsmensch drin. Aber kein Marsmensch drin, verstehen Sie. Sondern Menschen. Menschen, die wissen, wie es gemacht wird. Menschen wie wir. Vielleicht erleben wir es noch selbst. Stellen Sie sich das vor, einen von diesen wunderbaren Apparaten zu haben und Hitzestrahlen zur freien Verfügung. Wir schießen sie auf die Marsmenschen. Wir schießen sie auf die Menschen. Wir bringen die ganze Welt auf die Knie. Das wäre Ihr Plan? Ja. Sie, ich, noch ein paar dazu. Wir wären die Herren der Welt. Ich verstehe. Hey, was ist los? Wo wollen Sie hin? Nicht in Ihre Welt. Leben Sie wohl. Nachdem ich mich von dem Fremden getrennt hatte, gelangte ich schließlich zum Holland-Tunnel, stieg hinab in den schweigenden Schacht. Ich wollte Gewissheit haben über das Schicksal der Riesenstadt auf der anderen Seite des Hudson. Vorsichtig kam ich wieder ans Licht und folgte zuerst der Canal Street. Ich erreichte die vierzehnte Straße und wieder stieß ich auf schwarzes Pulver und auf mehrere Leichen und ein übler, unheilverkündender Geruch drang aus den Kellergittern einige Häuser. Ich wanderte stadtaufwärts durch die Dreißiger- und Vierziger-Straßen. Ich stand allein auf dem Times Square. Ich sah einen mageren Hund die 7th Avenue hinunterrennen mit einem Stück dunkelbraunem Fleisch in den Zähnen und hinter ihm her ein Rudel halbverhungerter Köter. Er machte einen weiten Bogen um mich, als fürchtete er einen neuen Konkurrenten. Ich ging dem Broadway hinauf, immer dem seltsamen Pulver nach, vorbei an schweigenden Schaufenstern, die ihre stummen, wahren, leblosen Bürgersteigen zur Schau stellten, vorbei am Kapitoltheater, schweigend, dunkel, vorbei an einer Schießgalerie, wo eine Reihe leerer Gewehre einer unbeweglichen Front hölzerner Enten gegenüberlagen. Am Columbus Circle fiel mein Blick auf 39er Automodelle in den Schauhallen vor leeren Straßen. Hoch oben über dem General Motors Gebäude beobachtete ich eine Schar schwarzer Vögel, die am Himmel kreisten. Ich eilte weiter. Plötzlich erblickte ich die Kuppel einer Marsmaschine, die irgendwo im Central Park stand, gleißend in der Sonne des Spätnachmittags. Ein wahnwitziger Gedanke stieg in mir auf. Ich eilte, ohne zu überlegen, quer über den Columbus Circle und in den Park hinein. Ich erstieg einen kleinen Hügel über dem Teich in Höhe der 60. Straße. Von dort aus sah ich in einer schweigenden Reihe längs der Hauptallee stehend neun Zehn der großen Metalltitanen, die Kuppeln leer, ihre stählernen Arme kraftlos an ihren Seiten hängend. Vergeblich hielt ich Ausschau nach den Monstren, die diese Maschinen bewohnt hatten. Plötzlich wurden meine Augen angezogen von der gewaltigen Schar schwarzer Vögel, die direkt vor mir in der Luft hing. Sie kreisten zur Erde und da vor meinen Augen steif und stumm lagen die Marsmenschen und die hungrigen Vögel pickten und rissen braune Fleischfetzen aus ihren toten Körpern. Später, als die Kadaver in Laboratorien untersucht wurden, stellte es sich heraus, dass sie den Fäulnis und Krankheitsbakterien zum Opfer gefallen waren, gegen die ihre Körper unvorbereitet waren. Überwunden, nachdem alle Verteidigungsmaßnahmen des Menschen versagt hatten, von den unscheinbarsten Geschöpfen, die Gott in seiner Weisheit in diese Welt gesetzt hatte. Bevor die stählernden Objekte landeten, war man davon überzeugt, dass durch alle Tiefen des Weltraums außerhalb der kleinen Oberfläche unseres winzigen Globus kein Leben existiere. Jetzt sehen wir weiter. Undeutlich und wunderbar ist die Vision, die sich in meinem Geist entwickelt, wie das Leben sich langsam von diesem kleinen Saatbeet des Sonnensystems durch die ganze unermessliche Weite des gestirnten Raumes ausbreitet. Aber das ist ein ferner Traum. Und wer kann wissen, ob dies nicht nur ein Aufschub unseres endlichen Untergangs ist? Ihnen und nicht uns gehört vielleicht die Zukunft. Seltsam scheint es mir jetzt, in meinem friedlichen Studierzimmer in Princeton zu sitzen und dieses letzte Kapitel der Aufzeichnungen zu schreiben, die in einer verlassenen Farm in Grovers Mill begonnen worden. Seltsam, Kinder beim Spiel auf der Straße zu sehen. Seltsam, junge Leute auf dem Rasen schlendern zu sehen, wo das neue Gras des Frühlings die letzten schwarzen Narben einer geschundenen Erde heilt. Seltsam, die Touristen zu sehen, die sehen das Museum gehen, wo die zerlegten Teile einer Marsmaschine öffentlich ausgestellt sind. Seltsam, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich sie zum ersten Mal sah. Hell und deutlich, hart und lautlos in der Dämmerung dieses letzten großen Tages. Das ist Orson Wells, ladies und gentlemen. Out of character, to assure you that the war of the world has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Hier spricht Orson Wells, liebe Hörerinnen und Hörer, und jetzt nicht in seiner Rolle, sondern um Ihnen zu versichern, dass der Krieg der Welten nicht stattgefunden hat. Wir vernichteten die Welt vor ihren Ohren und zerstörten das Columbia Broadcasting System bis auf den Grund. Sie werden erleichtert sein, hoffe ich, zu erfahren, dass wir es nicht so ernst gemeint haben und dass beide Einrichtungen noch im Betrieb sind. Und wenn jetzt ihre Türklingel läutet und es steht niemand draußen, dann war das gewiss kein Marsmensch, sondern der Junge von nebenan. So goodbye everybody and remember please for the next day or so the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Tonight the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations Coast to Coast has brought you The War of the World by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Wells and the Mercury Theater on the Air. Next week we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting USA, 1938, von der Zeitreise zurück. Wer aber soll hausen in jenen Welten, wenn sie bewohnt sein sollten? Sind wir oder sie die Herren des Alls? Und ist dies alles dem Menschen gemacht? The War of the World by H.G. The World by H.G. The World by H.G.